Lars Seefeld ist in der Zwickmühle. Um seine 50.000 Dollar schuldenlos zu werden, soll der plastische Chirurg den international gesuchten Verbrecher Viktor Kubitschek ein neues Gesicht verpassen. Dem Waffenhändler werden unter anderem Mord, Totschlag und die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Auf dem Weg zum Gericht wurde der Gefangenentransport überfallen und er kam frei. Seitdem wird der Mörder von der Polizei mit Hochdruck gesucht. Als Lars von seiner langen Strafakte erfährt, kommt er ins Grübeln. Doch die Geldsorgen sind zu groß. Der Chirurg entscheidet sich trotzdem für den Eingriff und bucht heimlich den OP-Saal im Krankenhaus. Doch dabei läuft nicht alles reibungslos. Er muss seinen Spezialpatienten länger im Krankenhaus behalten, wodurch auch Michi Wind davon bekommt. Auf meiner Liste steht, dass ich hier bin, erklärt der Mediziner, nachdem er ins Zimmer platzt. Lars ist sichtlich angespannt. Im Augenwinkel sieht er, dass Daniel Radkowski bereits seine Pistole zückt. Du siehst, dass ich hier zu tun habe, schnauzt Lars seinen Kollegen an und schiebt ihn aus der Tür. Woraufhin Michi beleidigt abzieht und sich beschwert, geht's noch? Wird die riskante Operation auffliegen? Oder kann der Verbrecher mit operiertem Gesicht entkommen? Und welche Konsequenzen drohen Lars? Das erfahren wir in den nächsten Folgen von GZSZ. Untertitelung von GZSZ.